Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache, der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Brot. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache, der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Brot. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache, der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Brot. Zu Ehren der Wunde der rechten Hand, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der linken Hand, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des rechten Fußes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der rechten Seite, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die neuen Dienstage zur heiligen Mordtasse sind zu beten, während eine geweihte Kerze brennt. Dieses Gebet ist so kraftvoll, dass vor dem Ende dieser neuen Dienstage dir, was du erbittest, geschenkt werden wird, gleichgültig, wie schwierig es auch sein mag. O heilige Martha, du Wunderbare, ich nehme Zuflucht zu deiner Hilfe, mich ganz auf dich verlassend, dass du mir in meinen Nöten helfen und in meinen Prüfungen beistehen wirst. Zum Dank verspreche ich dir, dieses Gebet überall zu verbreiten. Tröste mich in meinen Sorgen und Schwierigkeiten, flehe demütig. Bei der großen Freude, welche dein Herz erfüllte, als du in deinem Heim in Bethania den Heiland der Welt beherbergtest, flehe ich, fürbitte für mich und meine Familie, dass wir unseren Gott in unseren Herzen bewahren und also das Heilmittel unserer Bedürftigkeit zu erlangen verdienen, vor allem bei dieser Sorge, welche mich gegenwärtig bedrückt, hier das Anliegen vorbringen. Ich flehe dich an, du Helferin in aller Not, besiege die Schwierigkeiten, so wie du den Drachen besiegtest. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergeb uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Heilige Mutter, bitte für uns. Amen. Heilige Mutter, bitte für uns. Amen. Heilige Mutter, bitte für uns. Amen.